Hallo, wir sind von Nightwash und wir spielen heute mit dir Blamieren und Laminieren, wenn du Lust hast. Das ist eine Kiss-Show. Der Erste, der drei Richtige hat, darf einen Gegenstand des Gegners einlaminieren. Ich würde meinen Führerschein setzen. Ich habe noch so einen Eifen. Ich habe Angst, dass der zerfleddert. Ich habe auch ein cooles Bild drauf. So sah ich aus. Ich meine, er ist echt richtig schlimm. Den würde ich ungern jetzt zeigen. Geil, hervorragend. Das habe ich gefragt. Welche Farbe hat die Zunge einer Giraffe? Blau. Sie ist schwarz und kann 45 Zentimeter lang werden. Welches Teil des menschlichen Körpers hätte die längste Kochzeit, wenn man es kochen würde? Ohr. Die Antwort ist das Herz. Ich habe diverse Male versucht, Poren zu kochen. Es steht 2-2. Ist es beim Hochsprung erlaubt, gleichzeitig mit beiden Füßen abzuspringen? Ja. Nein. Ah! Wieso? Hallo. Vielen Dank, Clarissa. Wie viele Finger hat Donald Duck insgesamt? Sechs. Donald Duck hat acht Finger. Damit verliert Nick Stephan. So leid man Masomi gewinnt und darf den Führerschein von Nick Stephan einlaminieren. Ja, denn es heißt Blamieren und Laminieren. Vielen Dank. Wir würden das Spektrum gerne erweitern und spielen jetzt Blamieren und Vakuumisieren. Ich würde dein Sandwich gerne vakuumisieren. Das ist geil. Der junge Mann ernährt sich gesund. Das ist Salat mit ein bisschen Käse. Das ist alles, was ich noch habe. Wie lange braucht ein Eichhörnchen, um einen Tannenzapfen abzunagen? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Die Antwort ist sieben Minuten. In Klammern. Fünf bis zehn Minuten gilt als richtige Antwort. Welche Farbe hatte Monika Lewinskys Kleid mit den Schwerberflecken, das eine zentrale Rolle in der sogenannten Lewinsky-Affäre spielte? Okay. Trag grün. Nein, das Kleid war blau. Du darfst das Handy vernichten. Stefan, mal kompisieren. Es wird der neue Trendfilter. Warum tragen Astronauten im Prinzip immer weiße Raumanzüge auf ihren Weltraumspaziergängen? Wenn man sie sieht. Die Antwort ist, die weiße Farbe reflektiert das Sonnenlicht und verhindert eine zu starke Erwärmung des Raumanzuges. Geil. Mal kompisieren. Das sind mit allen. Oh, fantastisch. Wo kommt dein Samit zurück? Super gelaufen. Pack was. Flamieren und laminieren. Ein drohter Spaß. Auch ein Bamberg. Flamieren und eskalieren.